inseln hier vor allem habe ich es halt ein problem ich kann den pokémon hier keine namen mehr geben weil ich habe keine mehr übrig so einfach ist das ich habe keinen namen mehr übrig und das heißt ein bieser samen das bricht mir das herz ein geowatz ja okay das können wir fangen nein das hat dieses geowatz gerade nicht getan oder dieses geowatz hat unseren elektrophal getötet wow oh mein gott shit oh mein gott es kann nicht wahr sein alter elektrophal ist seit milliarden jahren mit uns unterwegs und jetzt wegen von einem dämlichen geowatz all das kann ich nicht sein verdammt man was für ein blöder das kann doch nicht sein weißt du was ich will hier nicht sein ich bin ich bin nichts mehr ich finde einfach nichts mehr da müssen wir jetzt mit einem dort einfach vorgepacken jemand der nicht sofort im sterben ist ja du hässlichkeit ey ich weiß nicht was ich jetzt denken soll ehrlich gesagt ich muss sowieso ich meine ich muss ich kann auch jetzt nicht weiter ich muss ins bürger center ich muss elektro feiern lassen ich muss da irgendwie vorbei ich muss da irgendwie mal schauen ob wir vielleicht noch einfach von albasti aus weil ich hab keinen bock auf die seashorm inseln die haben mir jetzt echt nö nö das ist äh so echt nicht nicht okay tja 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 welches level hast du mache ich habe jetzt also ich kann jetzt nicht warten bis du in den kommentaren mir geschrieben hast welches pokémon wäre es nicht in dem 48 okay 1 2 3 4 47 48 dieser crash ich habe dich gewählt ist reicht schon sinnvoll oder gibt es gar nicht gar nicht gemerkt ja stimmt es tut mir leid wir müssen also reiht schon macht mehr sinn ich brauche eigentlich für dich dass ich zuerst mal absetzen bericht ich habe gerade gar nicht so viel voll genommen du kannst fast genau das gleiche und du wirst auch was das gleiche dann auch jetzt nochmal lernen also auch du wirst der dingens bekommen genau aber nur so nur als als fettes sorry ne ne also klar wir brauchen jetzt gerade nicht unbedingt ein wasserbekommen okay reicht schon ja achso der magnet äh hm äh gibt es keine option dass ich ja 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 leg doch einfach mal ab so warte ah die magneten vergessen den brauchen wir schon nehmen ja also mhm das hallo ja Das ja 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 immerhin du paralysiert das ist ja ich hab auch noch nie in reiz sogar ist okay du bist nur level 20 also ich mein wann trainieren wenn ich jetzt auch man muss ich noch 100 jahren noch diesen magneten suchen da war schon ein süße zwei gehabt ich möchte das geben möchte das geben und dann ist auch so wieder stärke bekommen ja so gut hinschlag kannst du vergessen so gucken was haben wir eigentlich noch auf vergeltung gut anfall das ist ja auch eine heftige geschichte schweibglanz feuer feuer wirbel ja das ist nicht ganz das was ich ansonsten der schock haue hydropumpe werde ich auch demnächst mal beibringen aber ich glaube aktuell es ist erstmal okay ja danke ja damit ist für fratz a eine harte zeit angebrochen ja 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 alle ein paar level höher weil sie frazza oder frazza unterstützen mussten im training weil ja im wasser wo es mir doch irgendwie ein bisschen zu gruselig ganz am anfang weil ab und zu sind da irgendwie entweder nur pokémon so level 9 oder halt gleich level 30 was dann wieder zu viel war für sie von daher ja bin ich dann einfach in das andere gebüsch nach oben gegangen wo wir pico damals trainiert haben damals vor ein paar verfolgen und habt es dann tatsächlich wieder mit dem ep teller gemacht und ja entsprechend gab es ein paar level up auch für den rest des teams so ja ich habe immer noch nicht also ich so seelisch und moralisch habe ich natürlich immer noch überhaupt keinen bock auf die seeschaum inseln aber man darf halt auch nicht vergessen dass es dort nun mal auch einen riesen haufen an pokémon gibt und das siehst du das was ich meine eben an der was level 9 und bm lura level 32 also ist schon schon mal schon ein bisschen ein bisschen merkwürdig aber er so genau aber ja und die die ganzen poké bälle will ich natürlich nicht ja einfach liegen lassen vor allem vielleicht haben wir das glück und kriegen tatsächlich wieder mal ein dingens einen weiteren master ball meister weil wie auch immer da der will 31 ist einfach nur merkwürdig noch auf baby so ist fein so ich kenne den weg hier nicht also ich weiß nicht wie der richtige weg ist daher müssen wir das einfach ja so vor uns hin machen sag ich mal ja aber frotz a hat sich eigentlich wirklich ganz gut gemacht oh gott müssen wir stärke einsetzen oder einfach also ich meine das ist ja kein kein stärke dingens also fallen wir da jetzt einfach großartig ja stopp okay das war jetzt irgendwie ein bisschen gruselig was für ein furchtbares alles ich sag dir fratz a ist fratz a ich glaube ich nenne es lieber fratz a mit betonung auf a fratz a ist es wirklich mächtig also stärke von ihr und bm alles weg rote flöte ja toll wollte schon immer haben wollte ich schon immer haben ja keine ahnung ich weiß nicht wo wir hin müssen ja dann müssen wir beide nicht mehr gesehen nicht wahr das haben wir schon weiter nicht mehr gesehen also ich glaube einfach so vor mich hin und klar wenn wir es irgendwie schaffen bis zu arctus zu kommen schauen wir natürlich auf jeden fall was es ist aber ich kann dir keinen kein versprechen geben dass wir es erstens so weit schaffen und zweitens du bist paralysiert wie kannst du paralysiert sein wie ist so was möglich bitte erklär mir das ja also ich will ja eigentlich nur raus kommen irgendwie okay sie brauchen hier balani das wollte ich nicht ich will ich will einfach nur nur raus hier und so viele dinge auf dem weg mitnehmen wie wir irgendwie kriegen können aber alles was wir nicht schaffen ist egal weil wie gesagt also aktors wird nicht aktors sein das könnte sogar nur ein topsy sein oder irgendwas anderes aber wir können sowieso nicht fangen weil wir ja was suche ich eigentlich ich suche ja weil wir jetzt schon was fangen wollten was ganz 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 furchtbar mies geendet ist parallel nicht gefunden und deswegen bringt es so oder so nichts also außerhalb die erfahrungspunkte und das wissen was es am ende war genau das dauert immer so lange die jetzt hier hin ich habe keine ahnung wir fallen einfach so vor uns hin da waren wir schon ja da müssen wir jetzt schon wieder runter okay warte mal das kann doch gar nicht sein wie funktionierten das so rein logisch wenn das uns nach unten gebracht hat hier hin oh mein gott ich werde hier nie rauskommen habe ich recht egal okay wo geht es hier hin in die andere richtung keine wahl also müssen wir da runter und das bringt uns auch wieder hier hin oh gott ok dann bringt uns das alles überhaupt nix dann vielleicht mal gucken wo das so der sog ist zu stark ok hallo du kannst es wahrscheinlich nur das bringt nichts ja ruckzuck geben das dauert mir alles zu lange ach ok das war das ding mal weg müssen wir schon wieder heilen ich glaube ich komme ich nie raus ok der sog ist zu stark da ist alles nichts du lass mich in ruhe ok ok dann können wir ja nur hier lang dann können wir ja nur dort lang so dann könnten wir aber hier einmal lang darunter geht es nicht es geht hier jo aber es geht hier runter dann können wir anfangen diese teile hin und her zu schieben puh ja gut das kriege ich hin also wir müssten das ja halbwegs logisch machen das heißt ja zack zack dann kann ich das einmal runter bewegen nochmal ähm müsste dann dich ja ich habe auf das platschen gewartet ähm so habe ich das jetzt noch ja habe ich noch okay dann haben wir in jedem loch so ein teil ich habe keine ahnung was das uns bringen soll aber wir gucken einfach mal damit ich auch weiß wo ich das überhaupt hinwerfe ah ja ok ok verstanden äh hier waren wir doch irgendwie schon so ja 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 warte mal ja 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 oh ja so ein lapras explodiert dir nicht ins gesicht da gucke wir haben es gefunden ja 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 oh 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 mein armes herz du bist wunderschön oh oh man ich wünschte wir könnten dich fangen ich wünschte wir könnten dich fangen oh du bist wow einfach wow level 50 ja wenn toll wäre richtig toll gewesen aber wow ich bin erstaunt wir haben es tatsächlich hierher geschafft da war ja wie gesagt also ich habe keine ahnung wo das ist aber das sah da irgendwie grad so suspicious aus ähm ich bin mir aber auch nicht sicher ich glaube die anderen äh vogel die anderen vogel legendären ähm das ist glaube ich dann mehr so eine äh die muss man tatsächlich sich besorgen okay das ändert aber immer noch nichts an dem fakt dass ich hier nicht rauskomme also jetzt komme ich zwar dahin aber ich bin ja immer noch nicht draußen oder ist jetzt überall das wasser in ordnung nee da ist es ja nicht in ordnung oh gott ähm dann gibt es hier keinen ausweg für uns ähm warte ah Donnerschock ja das bringt jetzt natürlich erstmal gar nichts sobald du wach bist Tony hm hm wo ging das hier hin da ist schon mal ein poko irgendwas äh pokémon ähm nein Beutelchen 40 übertrinke ey wir haben echt eingekauft ohne ende ne so dann haben wir ein schwarzgurt ja wir haben aber kein kampf pokémon ähm im Einsatz und sich haben wir erstaunlich viele ähm oh gott äh hier geht es schon wieder an verschiedene Orte äh gut ich würde gerne äh okay dann gucken wir erstmal hier wo geht es hier hin Seeschauminseln Mensch das hätte ich nicht erwartet okay hier können wir äh äh aber nichts reinwerfen und einfach runterspringen bringt ja nichts mhm ne das will ich dann nicht dann will ich einfach erstmal hier unten nach hinten genau dann hole ich mir das erstmal hab nicht gelesen was es war das ging dezent zu schnell okay äh gut also da geht es irgendwie nirgendwo so richtig hin ähm äh hier geht es dann auch wieder irgendwo hin oh man oh man ey okay dann äh reicht es erstmal mit äh Fratz A vorne das äh geht ja gar nicht Käpt'n wird schon nervös okay hier können wir wieder anfangen ja okay ja ja so okay okay muss ich immer vorsichtig sein dass ich es nicht äh komplett verkacke okay ähm gucken wir ganz kurz dann auf die andere Seite ob wir da jetzt auch rüber kommen mhm okay okay ähm da geht's raus oh mein Gott da geht's raus glaub ich glaub ich geht's da raus raus ja von hier kommen wir hä da kommen wir jetzt bin ich hier noch viel verwirrter als vorher ähm 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 okay dann würde es Sinn machen in einen der äh äh höhlen rein zu springen würde ich sagen weil die restlichen hatten wir ja dann irgendwie schon ich weiß aber nicht ähm genau was das jetzt gebracht hat wollen wir wieder Gegengift suchen mhm mhm ich hab das gerade mühevoller Kleinarbeit äh gemacht aber es ja ja mach einfach einfach okay also theoretisch oh nicht schon wieder vergiften ey ach so und dann war aber der Hypertrank oder das super mega Ultratrank der war aber hier ok will ich gerne erstmal dort gucken ja 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 zack was auch immer das jetzt getan hat äh wir werden das rausfinden aha 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 ah Shit. Hm. Jetzt, wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen, aber wie? Damit wir den anderen da auch irgendwie reinwerfen können, wobei mir das immer noch dann nicht ganz klar ist, was genau das bringen soll, weil ist ja dann trotzdem ein bisschen zu schnell. Also wir fallen ja weiter unten rein in das Wasser jedes Mal, also keine Ahnung. Egal. Wir machen das jetzt hier einfach auch nochmal und hoffen aufs Beste. Ach, ja, 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 ja. Boah, würdest du mal aufwachen? Das war ja jetzt eine Ewigkeit. So. Boah, das scheint ja jetzt, äh... Hm. Äh. Die sind ja offensichtlich noch drinnen, weil... Die fehlen ja noch jetzt irgendwie. Egal. Gehen wir einfach mal hier mit rein. Ja. Die sind auch noch da. Ich weiß langsam nicht mehr, wo wir noch lang sollen, weil optionen-technisch ist jetzt hier irgendwie fast nichts mehr. Ja, das war's. So, vielmehr kann der Gute nicht. Hm. Ich weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen. Ich mein, wir kommen irgendwie nicht auf diese andere Seite. Die waren da vorher mal, aber... Äh, das ist auch schon eine Weile her. Hm. Toll. Einmal im Kreis gedreht. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Wie sollen wir hier wegkommen? Also abgesehen von... Gar nicht. Hm. Na gut. Hm. So, ähm. Ich müsste da eigentlich hoch. Aber da ist ja jetzt auch nichts, was wir irgendwie reinpacken können. Doch, da ist noch was. Hihi. Ja, ja. Äh. Ja. Danke. Das müsst ihr ja jetzt... Genau. Und hier... Ja, ja. Ja, ich weiß... Ach, Nidoran. Bist du sicher? So, und jetzt? Genau, jetzt ist das zu. Machen wir mal das. So, ähm. Genau, wir müssen auf die andere Seite. Ähm. Hm. 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 So sollte es immer sein. Einfach von einer Laterne, sag ich schon. Von einer Leiter in die andere. Oh, wir haben es geschafft. Puh. Tue-Tru! 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 Willkommen zu dir? Ja, wirklich? Um, wir werden bis zum nächsten Mal oder am Martin bzw. Taue-T-'ret euch? E suspendedomm platser, 前